15 Uhr, wir haben so viel gearbeitet, wir sind richtig müde, wir haben so viele Pläne gehabt und wir haben gar nichts, haben wir nur gefrühstückt, aber bis jetzt, wie weiß es nicht was. So, gib mir eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir schneiden Kartoffeln in Gesichtern, wie normale Bratkartoffeln zu schneiden und dann machen wir draus Gesichtern. Also wir schneiden, so löchern und so, also so wie ein normaler Mensch, dreieckige Augen, so wie Halloween und dann machen wir keine Nase, sondern direkt den Mund, dann haben wir mehr Platz. Wie direkt auf den Mund? Kartoffeln? Nein, wir schneiden deinen Mund. Also, erst mal Kartoffeln scheren, dann halbieren, dann, was noch? Dann, ein Muster, irgendwas, egal was. Aber wir sind vier Leute, machen wir Kartoffeln mit dieser Musterhalle? Schaffen wir das? Ja, ich weiß. Ich bin so müde. Ich habe gedacht, ich mache etwas nur schnell, schnell. Ich kann einen Drink holen für dich. Gib mir eine Sekunde. Das wäre gut, aber das ist meine Dörter. Hier ist dein Getränk. Okay, gib mir. So, ich kann live. Also, wenn ihr den Tipp wissen wollt, ich habe nur Wasser getan und dann irgendein Saft, was wir haben von meiner Mutter und Lieblingssaft zum Beispiel, trinke ich auch. Do you also wake up and you're so tired, you know, and you had plans of how you're going to work, you do some, you know, ordering the house a little bit of, you know, keeping things in the right place, not much. But then, all of a sudden, you're so tired, and then, you look at the time, eh, you need to cook. And you have no idea. Let me, let me, let me, how do you go about it? How do you go about it? Because me, I feel like I just tell everyone to go and take a bread and eat, and then we sleep until tomorrow, but then again, you can't do that. Wow. Okay, Jive. So, was war denn, Hedi? Gesicht Kartoffeln. Okay, Gesicht Kartoffeln. Und dann braten wir. Ja, mit Braten. Ähm, ich gucke mal, ob wir vielleicht eine Riesendose mit Öl haben. Das ist wieder was. Ich gucke, ob wir erstmal Öl haben. Öl haben wir, das weiß ich schon. Wie Öl? Yes, Öl wie Öl wie auch Öl. Ich gucke, ob wir Kartoffeln haben. Aber Kartoffeln haben wir. Ja. Ich gucke, ob wir uns jetzt. Ja. Und das ist mein Ding. Ja. Ich gucke. Ja. Ich gucke. Ja. Ich gucke. Just share that with me But I'm getting motivated already At least I have somebody here Who will help me cut the potatoes You will help me cut the potatoes Yeah And that's our Sunday For today And we'll be preparing For a nice Nice clip And the carrots challenge We have not forgotten Order We got so many carrots Yeah we've got so many carrots We're going to do that video very soon You know People say they want to see it And they're going to do it So It is a nice Sunday Afternoon And until next time Bye bye Wait Yes Let me see what I can do With my feet Ah Nobody can see That one is normal That one is normal Who doesn't know how to do that Everybody knows how to do that Do you hear I put my Okay So you make the socks kaput No Yeah yeah No Yeah I see what we're doing already No No It's not Good Okay then Have a nice day Bye Nice evening Bye bye Untertitelung des ZDF, 2020